Ich bin dankbar, wie immer, absolut an die Montagnola. Das ist meine Mama, die dieses Restaurant immer mit ihrer Seele betrieben hat. Und an alle meine Mitarbeiter. Alle meine Mitarbeiter, die in dieser Zeit mit ihrer Erfahrung, mit einer guten Energie oder einer schlechten Energie, die haben zusammen nach 21 Jahren für diese Idee gearbeitet. Die Trattoria Montagnola ist lange Zeit in Berlin bekannt, auch für seine Interessen im kulturellen Bereich. Und haben wir vor zwei Jahren angefangen mit BellItalia eine Idee zu entwickeln. Wir Italiener in Berlin, die wir uns präsentieren wollen und stolz auf unsere Idee zum Leben zu sein. BellItalia wird stattfinden in zwei Tagen dieses Mal, nicht in einem Tag. Und zwar Samstag und Sonntag am 22. und 23. September. Es wird ein Festival oder ein Strassenfest sehr hochwertig mit mindestens 50 bis 60 Ständen, professionellen Ständen, wo die Berliner, die Besucher, können dann von verschiedenen Delikatessen bis zum Tourismus, bis zum Mode, Handwerk, Kunsthandwerk und dann Künstler ein großes Angebot haben. Applaus